Jo, Freunde der Statements! Neben meinem Penis ist noch eine andere Sache in aller Munde. Und zwar die Kritik gegen Leeroy. Die ist anscheinend jetzt wirklich so groß geworden, dass Leeroy auf Instagram angekündigt hat, ein Statement rauszuhauen. Und zwar am 28.11. Warum auch immer er das zwei Wochen vorher bei Instagram ankündigt, anstatt das einfach rauszuhauen. Ich meine, ist das ein Album oder was? Ja gut, so viel Kritik wie es gibt, müsste das auch ungefähr die gleiche Länge haben. In diesem Video möchte ich halt jetzt auch nicht alle alten Skandale nochmal hochholen, weil ganz ehrlich, das Video wäre halt ein Blockbuster. Sondern es sind auch viele neue Dinge passiert und damit Leeroy das im Statement nicht vergisst, helfe ich ihm hier ein bisschen auf die Sprünge. Seinen Absturz kann man nämlich auch sehr gut bei Social Blade sehen. Dort sieht man, dass er zwischen dem 6.11. und dem 13.11. alleine 10.000 Abonnenten verloren hat. Also über 1000 am Tag. Dazu gehen auch die Klickzahlen wirklich immer weiter runter. Während es vorher fast 20 Millionen gewesen sind, ist er halt jetzt bei unter 5 Millionen angekommen und das Ganze geht auch immer weiter runter. Und alle Meinungsblogger stehen am 28.11. schon bereit, um der Erste zu sein, der Leeroy's wahrscheinlich nicht so gutes Statement komplett auseinandernehmen darf. Du, jetzt weißt du, wie ich nackt aussehe. So, no disrespect, no front, so. No homo. Ja, nee, da sagt... No homo, Digga. Ja, aber... No homo. Wir sind da entspannt, Digga. Wir sind da entspannt. Sorry, ich liebe diesen Clip einfach. Günstige PCs gibt es übrigens bei hardwarerad.de, Link findet ihr in der Beschreibung. Ein Video, was er letztens erst hochgeladen hat, was ich auch etwas kritisch finde und was nur von diesem Boah, was? Effekt lebt, ist sein Kudammraser trifft Hinterbliebenen. Und zwar gab es vor einigen Jahren mal so ein paar komplette Vollidioten, die sich dachten, das ist cooles, mitten in Berlin einfach mal ein paar illegale Straßenrennen zu fahren. Naja, mit irgendwie 150 oder 160 kmh haben sie dann einen Unfall gebaut und eine unbeteiligte Person wurde halt dabei getötet. Der Sohn des ermordeten Vaters sitzt da halt jetzt mit dem Typen, der da halt gerast ist und sie tauschen sich halt aus. Was ich irgendwie generell schon als Format nicht so ganz verstehe. Jo, also, hier sitzt übrigens der Mörder deines Vaters. Ja, dann diskutiert doch mal. So, wie seht ihr das? Wie ist so die Stimmung hier? Vor allem auch eine Aussage von dem Täter checke ich irgendwie gar nicht. Mich hat diese ganze Geschichte, der Vorfall, diese Nacht, hat mich genauso mitgenommen, weil ich auch erst gar nicht wusste, was passiert ist. Ja klar, also, du hast deinen Vater verloren, eine geliebte Person, die du nie wiedersehen wirst. Aber mich hat das Ganze genauso mitgenommen, das kannst du mir glauben. In den Kommentaren gibt es dazu auch sehr viel Kritik gegen den Raser. Gut, da kann jetzt Leeroy natürlich nicht allzu viel dafür, wie der sich da gegeben hat. Aber den Sinn von dem Video checke ich trotzdem nicht so ganz. Ein weiteres kritisches Video, was Leeroy aber tatsächlich mal gelöscht hat, wahrscheinlich aber nicht, weil er die Kritik angenommen hat, sondern weil es wahrscheinlich im Hintergrund Ärger gegeben hat, ist sein zu vieler Triff-Tierschützer-Video. Glücklicherweise haben sowohl Imp als auch Just Nero Videos dazu gemacht. Das heißt, ich kann mir deren Clips jetzt einfach zusammen klauen. Swiper nicht klauen! Swiper nicht klauen! Swiper nicht klauen! Fandet ihr Dora auch immer so geil wie ich? Naja, egal. Leeroy hat schon damals ein Video mit einem zu vielen hochgeladen. Und das Ganze war wirklich sehr, sehr unkritisch. Also, das Ganze wurde einfach so hingenommen, so, ah, cool, ja, du hast also Sex mit Tieren, ja, finde ich cool, ja, nice, mhm. Wie wir Leeroy halt einfach so kennen. Tatsächlich scheint es aber der gleiche Typ zu sein, denn in den beiden Videos hat er genau das gleiche an und die gleiche Stimme und redet auch genau gleich. Der Typ hat es sich anscheinend wirklich zur Aufgabe gemacht, in jedem dieser Videos zu sitzen und das Ganze irgendwie gut zu reden. Naja, tolle Lebensaufgabe auf jeden Fall. Am Anfang habe ich das auch gar nicht so kritisch gesehen, bis ich dann halt die Videos von Imp und Just Nero gesehen habe. Ein Kritikpunkt, den ich vorher gar nicht so gesehen habe, ist, dass bei dem Format Das Treffen ja eigentlich zwei verschiedene Meinungen aneinander geraten und die dann halt diskutieren. Das Problem ist aber, dass es keine Meinung ist, ob es in Ordnung ist, Geschlechtsverkehr mit Tieren zu haben, weil das einfach nicht klar geht. Da braucht man auch gar nicht drüber diskutieren. Es gibt keinen positiven Punkt dafür. Das heißt, das Format ist dafür halt überhaupt nicht gemacht. Vor allem sind hier einige Aussagen von diesen Zophilen wirklich super kritisch. Zum Beispiel das hier. Du hast natürlich einen anderen Aspekt, einen anderen Blickwinkel auf die Sache, weil bei dir als Tierschützer gerade die Fälle auftauchen, wo Hunde oder andere Tiere ver-***t worden sind. Ja klar, also natürlich gibt es schlimme Fälle, aber du kennst ja auch nur die schlimm. Die positiven Beispiele, wie bei mir, die kriegst du natürlich nicht mit. Ja nee, ist klar. Also erstmal gibt es sowieso sowas wie eine Dunkelziffer und zweitens würdest du dir doch sowieso nie eingestehen, dass du deinem Hund irgendwas Negatives antust, weil du ja einfach diesen Fetisch hast. Du guckst da ja gar nicht objektiv drauf, sondern einfach mit deiner Lust, was ist das für eine Aussage? Wie machen das denn Menschen? Menschen sprechen darüber... Die machen vorher einen Vertrag. Nee, Menschen machen keine Verträge. Nein, Michael, Menschen machen keinen Vertrag vorher. Aber Menschen können vernünftig miteinander kommunizieren und halt absprechen, was sie in Ordnung finden und was nicht. Was du bei einem Hund nicht machen kannst und wo man auch davon ausgehen kann, dass du das, was dir dein Hund sagen möchte, auch nicht richtig interpretierst. Anstatt vernünftig auf die Punkte einzugehen, versucht Michael die ganze Zeit, das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, um das Ganze irgendwie zu verteidigen. Also das kann man sich wirklich nicht angucken. Eine Sache, die Imt noch kritisiert hat, die sonst irgendwie keiner gesehen hat, war dieser Ausschnitt hier. Den Moment, dass Tiere das irgendwie äußern, auch irgendwie unkontrolliert, das kenne ich selber und das kennen sicher auch Hundehalter selber, dass das... Leeroy kennt das, wenn Tiere sich unkontrolliert sexuell äußern? Ah ja, gut. Also ich denke einfach mal, dass er sich hier nicht ganz richtig ausgedrückt hat. Wie gesagt, ist das wenigstens eins von ungefähr 50 kritischen Videos, die Leeroy am Ende tatsächlich offline genommen hat? Warum er das getan hat, wissen wir nicht. Vielleicht erzählt er uns das ja im Statement. Was mir ebenfalls bei Leeroy nicht aufgefallen ist, das hat Imp auch in seinem Video gezeigt, sind zum Beispiel solche komischen Anfangsfragen hier. Du bist jetzt mit 30 Jahren Prostituierte. Ja. War das schon immer dein Traum, so als Kind? Was wolltest du als kleines Mädchen irgendwie mal werden? Also als kleines Kind wollte ich nicht Prostituierte werden. Und wie war das so, als du acht Jahre alt warst? Hast du dir da auch schon vorgestellt, später mal bezahlt, Sex mit Männern zu haben? Oder wie ist das bei dir gekommen? Was ist das für eine Frage, Alter? So, hä? Oder auch diese Aussage hier, die zeigt, wie gut sein geschichtliches Wissen so ist. Der Nationalsozialismus ist 1919 in Deutschland entstanden. Und das irgendwo in Verbindung mit der Ernennung von Adolf Hitler, den Namen habt ihr alle schon mal gehört, zum Reichskanzler. Von 1933 bis 1945 haben dann die Anhänger von Adolf Hitler, also die Anhänger des Nationalsozialismus, in Deutschland regiert. Bis hierhin alles in Ordnung. Ja, ja, der gute alte Nationalsozialismus, erfunden in Deutschland 1919 unter Adolf Hitler. Und auch dieses, ja, bis dahin ist ja alles in Ordnung. Ja, Bro, eigentlich war da schon gar nichts mehr in Ordnung. Aber nun gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Immerhin wissen wir jetzt, warum so komische Videos wie Er war Hitlers Leibwächter überhaupt online gehen können, weil der Typ anscheinend wirklich gar keine Ahnung in dem Thema hat. Eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte, ist, dass er ja Funk verlassen hat. Und damals hat er als einen Grund Folgendes gesagt. Ich wollte zum Beispiel eine Spendenaktion machen für Ingrid, die an Altersarmut leidet. Ich lebe von dem Geld, was ich verdiene. Wenn ich meine zwei Tage umhabe, dann kriege ich immer... Nachdem auch das jetzt monatelang kritisiert worden ist, hat er tatsächlich ein neues Video mit dieser Frau hochgeladen und hat da tatsächlich auch Spenden gesammelt. Und dort sind auch bisher knapp 6.000 Euro zusammengekommen. Was ich bei Leeroy aber nicht verstehe, und das habe ich ja schon damals kritisiert, er hat noch einen sehr gut laufenden Zweitkanal und auch einen Instagram-Channel. Also die waren die ganze Zeit nicht bei Funk. Das heißt, wenn es ihm so wichtig gewesen wäre, Spenden zu sammeln, dann hätte er das über die Plattformen halt die ganze Zeit machen können. Was ich ebenfalls ein bisschen weird finde, ist die Tatsache, dass er jetzt zwar ein neues Video mit ihr gedreht hat, dort aber auch einfach mit seiner Rolex sitzt, während er sowas sagt wie, Oh, es tut mir richtig leid, dass du arm bist, Mann. Das ist richtig doof, oder? Wie spät ist es eigentlich? Dazu hättest du ihr ja auch selber etwas von deinem Geld geben können, wenn dir das Ganze so wichtig ist. Also nicht, dass ich das erwarte. Keiner ist gezwungen, jetzt irgendwie einfach jemandem Geld zu schenken. Aber er selber hat sich sogar damit profiliert, dass er unter den Top 30 reisten Deutschen unter 30 ist in der Forbes-Liste. Und da hätten ihm ein paar Tausend Euro wahrscheinlich nicht wehgetan. Und wenn das für dich ein Grund ist, extra Funk zu verlassen, damit du Spenden sammeln kannst, wäre es ja auch kein Problem gewesen, ihr einfach so zu helfen, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Das Ganze wirkt halt einfach sehr inszeniert, um irgendwie einen Grund zu haben, um Funk verlassen zu können. Was kann ich abschließend dazu sagen? Fast egal, was Leiboy momentan hochlädt, er greift einfach immer daneben. Selbst in so einem belanglosen Video wie, wie ist es Schiedsrichter zu sein, lädt er sich Felix Zweier ein, den wahrscheinlich schlechtesten Schiedsrichter, den man sich für so ein Format hätte raussuchen können. Denn der hat schon einige Spiele gegen Geld verfiffen. Also da wäre quasi jeder andere wahrscheinlich besser dafür geeignet, außer jemanden, der als Schiedsrichter solche Skandale gehabt hat. Ich habe einfach das Gefühl, dass Leiboy die Bibi machen wollte. Die ist ja ebenfalls nie auf Kritik eingegangen, hat einfach ihr Ding durchgezogen und bei ihr hat das ja auch die ganze Zeit funktioniert. Sie hat allerdings auch nicht immer so hart daneben gegriffen, wie Leiboy das die ganze Zeit tut. Ich bin wirklich gespannt, was das für ein Statement wird. Ich meine, wenn er das Ganze zwei Wochen im Voraus ankündigt, dann muss da ja wirklich was richtig Heftiges kommen und ich hoffe, dass das vernünftig wird. Wobei ich auch irgendwie hoffe, dass es nicht vernünftig wird, weil dann habe ich wieder Content. Egal, was dabei rauskommt, ich werde dazu auf jeden Fall dann nochmal ein Video machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Vielen Dank.